Ja, wow, okay. Du überrumpelst mich damit jetzt ein bisschen. Lass uns doch einfach nachher darüber reden, wenn du vorbeikommst, ja, okay? Ja, ich dich auch. Okay, bis später. Tschüss. Emma, 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 Emma! Ich hab die Karte fürs Festival. Bier? Yeah. Weißt du, der Typ, der meinte zu mir? Ja, eigentlich verkaufe ich die Karten ja nur für 70 Euro. Wo ich dann nur meinte, Kollege, ich hab mir sagen lassen, du verkaufst dir für 55. Also, einigen wir uns doch mal auf 50 und ich schau mal, wie ich das für dich gut machen kann. Cheers. Was grinst du denn so? Thomas hat mich gefragt, ob wir die zusammenziehen wollen, krass, oder? Ich mein, wir haben da schon häufiger darüber gesprochen und das war aber immer so eine Träumerei. Was wäre wenn? Und ja, klar, entweder bin ich bei ihm oder er ist hier. Aber irgendwie... Aber irgendwie... Ist okay? Peter, du musst jetzt nicht denken, dass ich dich verlassen will. Der Hannes kann ja auch erstmal zu uns ziehen und dann wohnen wir hier zu dritt. Ihr mögt euch doch. Oder... Oder wir suchen uns zu dritt eine neue Wohnung. Dann hat jeder von uns genug Platz und... Willst du mit mir oder mit Hannes zusammen leben? Beides. Beides. Ja. Weil ich dich doch auch liebe. Du liebst mich? Ja, klar. Da! Da! Wie Bol. Hier musste jetzt ein paar programs. Wiebe.